hallo und herzlich willkommen unser ich habe gesagt dass ich wario world spiel werde wenn ich allerdings hier hingehe auf das spiel ist so ein schrott also ihr könnt jetzt mal schreiben ob ihr das sehen wollt oder nicht weil es ist halt nicht so bei mario world also wenn ihr es trotzdem sehen wollt dann schreibt einfach in die kommentare also ja bis dann schau